Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung und das ist jetzt die Stelle, wo ich normalerweise von Max dazu gebeten werde, zu sagen, dass ich Christian bin, aber Max ist gar nicht da, aber ich bin nicht alleine, ich bin verreist, ich bin nicht in Rostock, ich bin in Hamburg und ich bin zu Besuch bei Michi, hallo, und bei Nils. Moin, dass du da bist. Ja, schön, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, wir haben ja auch was vor, aber nur ganz kurz, damit jetzt die Leute euch einsortieren können, die jetzt noch nicht auf die Idee gekommen sind, vielleicht mal im Beschreibungstext dieser Podcast-Ausgabe nachzugucken. Michi, was ist normalerweise dein Heimat-Podcast? Die Cine-Couch. Ja, Nils, und wo ist das bei dir? Ich bin immer in einer Wiederaufführung, wenn es um John Woo geht. Ich komme natürlich auch von der Cine-Couch. Ja, sehr schön, also ihr beiden Cine-Couchler, und das ist sozusagen jetzt ein kleines Stück Cine-Couch, auf der ich jetzt drauf sitze, sozusagen, kann man das sagen? Das kann man sagen, ja, die hat sogar in Mainz, die, ja, war in der Cine-Couch-WG. Ach so, ja, ach, großartig. Das ist eine der Ursprungs-Couchen, also man muss ja wirklich ehrlicherweise sagen, wir hatten in Mainz, glaube ich, drei verschiedene Couchen, also die wurden auch immer mal so ein bisschen rumgerückt, weil die nach und nach dazugekommen sind, und das hier ist meine eigene, die ich mal irgendwann angeschleppt habe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wirklich, du hast sie? Ja, ja. Die ist schon recht, was sie bekommen. Nee, aber für uns doch im Internet, also. Ja, so eine Facebook-Gruppe, und dann sind wir drei Kilometer durch Mainz gelaufen, mit dieser Couch auf dem Rücken, zu viert oder so. Ah, ah, nein. Also diese Couch hat einiges miterlebt. Hättet ihr davon ein Foto, wäre das das beste Podcast-Kammer aller Zeiten, oder? Ja, und das ist jetzt sozusagen auch immer nochmal Aufnahmeort, weil wenn ihr jetzt eine Cine-Couch-Ausgabe macht, macht ihr das ja quasi über Fernverbindungen, ne? Genau. Ihr schaltet euch zusammen, ja. Also, genau, wir machen das meistens über Skype, sind ja fünf Leute auf der Cine-Couch, meistens zu zweit oder zu dritt bei den Aufnahmen, und wenn das aus Hamburg dann aufgenommen wird, dann sitzen wir meistens hier auf der Couch. Ach, sehr schön. Es ist sehr gemütlich, und wir werden hier auch gleich einen Film gucken. Das Besondere ist jetzt, wir machen jetzt etwas, und wir machen es flott, weil für alle, die jetzt zuhören, es steht ja im Episodentitel schon, welcher Film es geworden ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht, denn wir haben hier noch einen kleinen Stapel. Wir sind durch Nils Sammlungen durchgegangen, und man könnte jetzt ewig die Vorgeschichte erzählen, aber sagen wir mal so, es hätte einen ganz anderen Film gegeben, aber der will ums Frecken in diesem Blu-ray-Lauf ja gerade nicht erkannt werden. Also, spontan, einmal ins Regal der ungesehenen Filme, und jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Filme. Und kurze Zwischenfrage, ist der Mubi-Kram schon raus, oder ist der noch mit drin? Das sprengt jetzt meinen Horizont. Nee, der ist raus. Gut, wir haben sieben Filme. Ja, genau, das stimmt, da waren auch noch interessante Sachen dabei. Also, es sei denn, du plädierst jetzt ganz doll dafür, dann musst du das jetzt sagen. Nee, ich dachte nur, ob du den Greenway oder so noch mit drin hast. Ich habe auf den auch Lust, aber wenn wir jetzt nur darüber reden, worauf ich jetzt Lust hätte, dann wüsste ich nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Naja, wir haben ja eine ordentliche Auswahl, dann versuchen wir uns darauf zu entscheiden. Wir müssen das mal irgendwie gemeinsam machen. Aber wir haben das natürlich auch richtig gut vorbereitet. Also, außer, dass das jetzt bitte in zwei Minuten vorbei ist. Das Prozedere habe ich jetzt keine Ahnung, wie wir das methodisch hier machen sollen. Vielleicht kriegt jeder erstmal ein Veto, einen Film, den er rausschmeißen darf oder so. Oder wollen wir sie einmal vorstellen? Und dabei vielleicht aber trotzdem gleich das Veto. Na Gott, wenn wir noch lange drüber reden, dann stelle ich es dir mal kurz vor. Also, wir haben The Fury von Brian De Palma. The French Connection von, weiß ich nicht. William Feutgen. Genau. Wir haben Altered States von Ken Russell. Video Drum von David Kronberg. Dann Dressed to Kill von Brian De Palma. Salvatore Giuliano von Francesco Rosi. Und Dirty Mary Crazy Larry von, das muss ich auch nachschauen. Das hatte ich doch vorhin schon. Oh, ganz schlecht vorbereitet. Das ist jetzt schon wichtig. Ja, aber wo ist er denn? Warum steht er denn nicht da? Warum steht der Regisseur? Ja, John Yu. John Yu. Ja. Very well. Another John. Okay. Ja, immer wenn es ein Ami ist, dann muss es John sein. Ja, ja, genau. Und also, ich kann auf jeden Fall sagen, also, egal welchen Film wir jetzt gucken, es wird ein toller Videonachmittag, bin ich mir ganz sicher. Ja, und es wird auch ein guter Podcast danach. Wir können einfach nur einen jetzt nehmen. Also, ja, jetzt vielleicht gehen wir einfach so durch. Jeder macht jetzt erstmal einen Rausschmeißer, ja? Also erstmal, wenn jemand noch unbedingt zu einem dieser Filmen einen Podcast hören will, dann sagt Bescheid. Vielleicht kommen wir drauf zurück. Ja, es ist alles da, was wir noch brauchen, ja. Ja, also einen Film, den wir unbedingt rausschmeißen, ja? Ja, Nils, bitte. Ich glaube, ich schmeiße tatsächlich den Giuliano, Salvatore Giuliano raus, weil gerade schwarz-weiß, italienisch, ich glaube, das ist mir für so einen Video-Arm gerade ein bisschen too much. Aber bestimmt ein super Film. Ja, ich schmeiße einfach, ich schmeiße einfach einen Film raus, den ich einfach so abgöttisch liebe, von dem ich auch weiß, dass du ihn schon kennst, Nils. Und auch, abgöttisch liebe. Nee, den spielst du ja noch nicht, also den Regisseur kenne ich. Ja, aber Video-Drom, also kann ich sagen, schmeiße ich raus. Ach, das gilt denn auch schon, dann dürft ihr jetzt auch gar nichts gegen machen. Der ist doch weg. Ach, krasse Macht. Okay, Video-Drom ist weg. Okay, dann bin ich auch ganz hart und sage, French Connection, toller Film, natürlich, aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. Wir haben hier so großartige Filme rumliegen. Lass uns was an den Sprechen. Das man vor allem noch nicht ganz so kennt. Genau. Okay, so, das heißt, wir haben noch immerhin zweimal Brian De Palma im Rennen. Oder habe ich die vorhin schon? Ach ja, doch, klar. Du hast die Kill, genau, ja. Und The Fury, Altered States und Dirty Mary, Crazy Larry. Ja. Wollen wir kurz, also. Ja, ich glaube, jetzt kann ja jeder mal kurz, ja, mach mal. Also Dirty Mary, Crazy Larry, ich weiß eigentlich nichts davon. Ich habe mir den irgendwann zugelegt im Vorfeld von Baby Driver, von Edgar Wright, weil ich Autofahrfilme gucken wollte. Und mehr weiß ich nicht. Und siebziger Action-Exploitation vermutlich. Man weiß es nicht. Hier steht noch drauf, Dirty Mary, Crazy Larry was maybe the best inspiration for me to do Death Proof. Grande Tarantino hat das gesagt. Also so ein Ding, was wahrscheinlich für Regisseure interessant ist und möglicherweise nicht für andere Leute. Ich weiß es nicht. Also die Besetzung Peter Fonda, Susan George macht mich total neugierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte eine Riesenentdeckung sein oder ein ganz schöner Flop. Ich befürchte so ein bisschen Letzteres. Ich weiß es nicht. Ich will dem eine Chance geben, aber vielleicht nicht heute. Und gut, dass wir es öffentlich aussprechen. Das kann ja jetzt jemand in den Kommentaren total durchdrehen und uns der Kurzsichtigkeit ohne Ende bezichtigen. Dann müssen wir das nachholen. Ja, ich finde es auch vielleicht eher schwierig. Also raus. Okay, so. Also der Palmer-Schnitt ist auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Ja, Michi, positioniere du dich nochmal hier so? Ich bin jetzt hier auch schon wieder so, ich habe schon so Ideen. Gibt es was, wo du doch ein bisschen traurig wärst, wenn der jetzt gleich rausfliegt von den dreien hier? Nee. Das ist doch auch gut. Das Problem ist einfach, dass ich alle drei Filme wirklich auch gar nicht kenne. Und nur das weiß, was Nils jetzt vorhin so ganz kurz mal angerissen hat. Ich finde, die klingen alle spannend, haben alle sowas für sich. Vielleicht ist dann Dress to Kill eher so meine Sparte als die anderen beiden. Das finde ich jetzt schwierig zu beurteilen natürlich, aber ... Also Dress to Kill, so Hitchcock-inspirierter Thriller im weitesten Sinne. The Fury, meinst du, den habe ich auch noch nicht gesehen, so mit übernatürlichen Tendenzen. Ja, auf viel Fall. Dates eher die Horror-Ecke, zumindest von dem, was ich gehört habe. Bei mir war das immer ein Horror-October-Kandidat, den ich aber dann nie geguckt habe. Ja, also genau. Hat Horror-Elemente und wird zum Psycho-Thriller eigentlich. Ja, klingt auch nicht verkehrt. Also im Grunde drei Thriller, was wir hier so vorliegen haben. Das kann man mal sagen, ja. Es wird Tote geben. Und aber nur bei The Fury werdet ihr das niemals vergessen. Der reizt mich ja schon, ne? Ich merke übrigens, kurz vor der Aufnahme habe ich hier schon angefangen, diesen Film so zu hypen. Das ist für mich, also ich weiß, ist auf jeden Fall ein besonderer Film. Kommen, wir besprechen irgendwas von De Palma. Lass mal All-It-States jetzt rausschmeißen. Ah, okay. Weil bestimmt super, aber mich reizt es gerade. Ich bin ja großer De Palma-Fan. Ja, und ich finde, also Dress to Kill ist auch auf jeden Fall, also ist schon der Klassiker. Also wenn ich da, also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel auch an eine ganz lange Sequenz. Das ist ja ein ganz früher Film, in dem Steadicam schon zum Einsatz kam. Das ist ein ganz früher, ist genau 80 oder 81 irgendwie in dem Dreh. Jedenfalls da ist die Steadicam gerade so erst aus der, sozusagen, wie soll ich sagen, gerade erst geboren worden. 1980. Ja, ja, und hat wirklich eine sehr spektakuläre, sozusagen zwei Menschen gehen einander nach. Ach so, aber wie das visuell aufgemacht ist und mit ganz viel Suspense ist voll. Mir würden wirklich lauter Argumente einfallen. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich würde es auch gerne ein bisschen in eure Hände geben, weil... Ich finde es ja ganz interessant, dass wir uns auch zwei 18er-Filme rausgesucht haben. Es wird hart heute Abend. Ist das in Deutschland auch so? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Also wir haben 1968... Also vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber damals waren sie so, ja. Also The Fury zum Beispiel lief auch immer extrem geschnitten. Ich glaube, Dress to Kill war aufgeschnitten, oder? Das stimmt, kann sein, ja. Ich habe den irgendwann mal im US-Netflix oder so damals, als es noch ging, gesehen. Oder zumindest, als es einfacher war. Also wir haben 1978 The Fury, 1980 Dress to Kill, beide nach Carrie dann erschienen. Beide vor Blowout erschienen. Falls man das so einordnen möchte. Ja, das kann man mal machen, ja. Also ich glaube, ich tendiere leicht zu Dress to Kill. Aber hätte auf jeden Fall Lust auf beide. Bei mir ist das Ding eben, Dress to Kill kenne ich, The Fury kenne ich nicht. Dress to Kill ist so ein Ding, den mochte ich beim ersten Mal. Den habe ich, glaube ich, mit Jan zusammen geguckt. Und wir fanden ihn beide recht gut, hatten aber auch, waren so ein bisschen verwirrt davon, wie stark der tatsächlich sich an Hitchcock orientiert. Ansonsten war es ja bei The Palmer immer so, dass er Elemente übernommen hat, dieses Suspense und so weiter. Aber hier übernimmt er wirklich Plottelemente. Und das war schon sehr nah am Plagiat, fand ich. Aber ich würde das gerne überprüfen, ob das echt noch so ist. Bei The Fury war es so, dass ich neulich, als ich mal mit Dennis und Patrick, also Bahnhofskino, also Dennis nicht, aber wir beide, Lichtspielcast. Wir waren beim Bahnhofskino bei Patrick zu Gast und haben über Brian De Palmer gesprochen und da gab es eben viel Lob für Dress to Kill und The Fury. Und insofern, jetzt hast du auch nochmal über The Fury gesagt, so das ist unvergesslich und es gibt da so Sachen, es klingt beides sehr spannend. Einfach eine Münze werfen. Naja, können wir das machen, weil ich merke, ich kann das nicht aushalten. Oder, weil ich möchte total für The Fury plädieren, aber ich finde gerade so, ich möchte es auch nicht an der Backe haben. Lass uns ein bisschen hinzuschmeißen. Also, Michi eher Dress to Kill, du eher The Fury. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, also so eine ganz leichte Tendenz. Und hattest du jetzt eigentlich auch eine Tendenz? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Ich überlege gerade, ob ich lieber einen Film wieder schauen möchte oder ob ich den zum ersten Mal schauen möchte. Und gerade, ich bin gerade ein bisschen mehr bei The Fury, aber es ist so, ich habe Lust auf beide. Also, ich weiß, dass ich das immer sehr genieße, wenn Leute Filme zum ersten Mal sehen. Ich bin selbst gerne ein Teil davon so. Das wird bei den beiden Filmen jetzt heute nicht mehr gelingen. Aber bei The Fury weiß ich, dass er für euch neu ist. Ich finde das mit der Münze gar nicht schlecht. Guck mal, ich habe hier so eine Alternativmünze. Das ist ... Ja, das kam gerade mit meinem Japanuary-Gewinn. Ja, das kannst du ruhig überplatzieren, ja. Vielen Dank an das Kompendium des Unbehages. Ich habe mal wieder eine Arrow gekriegt und ein Untersetzer von Blade of the Immortal. Ach, ein Untersetzer ist das. Ja, glaube ich. Genau, aber aus Pappe war ich da nicht auf. Ist ja unpraktisch. Naja, aus was für ein Material sind denn Bierdeckel normalerweise? Ja, nee, es ist kein langlebiger Untersetzer, sagen wir mal so. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber es ist schon ein Bierdeckel aus Bierdeckel. Dann sagen wir einfach, die Seite, wo Blade draufsteht, ist für The Fury und die andere Seite, wo nix draufsteht, ist für Dress to Kill und dann schauen wir mal was raus. Und ich finde, du wirfst das Ding. Oh mein Gott, okay. Okay, okay. Das ist gut aufgeteilt, ja. Also, Blade war The Fury. Ja. Und es ist The Fury. Leute, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das wird hier. Und ich möchte vorweg noch mal durchschicken, weil wir hier, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir auch schon eine John Cassavetes Box hier in der Hand. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, aber sehr davon abgeraten, dass wir das mal eben am Nachmittag uns reinziehen. Schön, dass wir John Cassavetes jetzt als Darsteller sehen. Du packst das Ding aus. Du darfst gerne das Mikrofon noch mal so ein bisschen. Ich finde es wunderbar, dass ich jetzt wirklich live im Podcast eine Blu-ray auspacken darf. Das ist ja immer mein Größeres. Das ist ja nicht so eine Reißlinie. Ja, bestimmt. Ich mache gleich Instagram Live an, Alter. Eine. Kinder, ich werde übrigens alt. Neulich zeigte mir so ein Jugendlicher, dass man mit Instagram Live-Videostreaming machen kann. Da war ich so, ach so, warum? Ist doch eine Foto. Du kannst auch einfach eine Story machen oder sowas. Ja. Aber dann sind alle enttäuscht, dass die Couch, auf der du sitzt, gerade nicht rot ist. Ach so. Wolltest du das denn jetzt? Warum hast du das verraten? Nee, du sitzt ja auch. Aber du, mit diesem Grün, da hätte ich so ein Tool, mit dem man das nachträglich sehr leicht auf rot wieder trimmen kann. Ich finde dieses Alternativ-Cover übrigens, was man jetzt nicht, weil wir kein Instagram Live haben, finde ich ein bisschen geiler. Oh. Aber auch ein bisschen abgefahren. Das sieht aus wie ein ganz anderer Film auf einmal. Ich habe nie gesehen. Also auch zusammen mit diesem Film noch nicht. Sehr spannend. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden als zwei Minuten, aber wir haben eine Entscheidung. Ja, wir haben eine Entscheidung. Genau. Ich hatte ja noch auf fünf Minuten spekuliert, aber das haben wir auch überschritten. Ich würde sagen, du schmeißt das Ding mal jetzt rein. Finden wir jetzt eigentlich raus, dass dein Dory Player auch diese Dinge nicht abspielt? Also, wir haben es ja gerade eben schon mal mit einer anderen Disc probiert und es ging. Und generell hatte ich vorher nie Probleme, muss ich auch sagen. Das ist echt. Es liegt leider an der Disc. Insofern habe ich jetzt leider nicht ... Das ist ein super Cliffhanger bis zur nächsten Kapitelmarke, weil vielleicht sind wir ja auch gleich wieder da und erklären jetzt, wie wir den nächsten Film rausfinden. Wie wir The Rest of Kill geguckt haben. Genau. Oder wir haben gesehen The Fury von Breine Palma. Bis gleich. Teufelskreis Alpha ist zu Ende. Wusstet ihr, dass der Film auf Deutsch so heißt? Stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich an. Geil, oder? Also, es gab so Zeiten, da habe ich im Fernsehen durchgesippt und dass man bei so etwas wie Teufelskreis Alpha, die schon schreit, davongelaufen ist, ist auch ein kleines Wunder. Hm. Vielleicht hätten sie es nennen sollen dann Brian De Palmas Teufelskreis Alpha, damit man irgendwie weiß, dass wenigstens ein vernünftiger Regisseur hintersteckt. Ja. Also, ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich damals wusste, dass ich einen Brian-De Palma-Film gucke und ich war damals sehr beeindruckt von Carrie und hatte manchmal so das Gefühl, als ich den geguckt habe, ich sehe eine Fortsetzung von dem. Also, das ist jetzt Quatsch, weil es gibt ja nicht die gleichen Figuren oder so und es ist ja eigentlich auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten vielleicht, aber ... Die Thematik ist auf jeden Fall sehr ähnlich und teilweise fällt der Vergleich leicht aufgrund der Frauenfigur einfach. Also, du hast halt ein Mädchen mit Telegnese und dann blutet irgendwas. Also, so weit weg sind die Filme jetzt nicht voneinander, aber ich würde auch sagen, ja, schon deutlich unterschiedliche Filme. Also, äh, es fühlt sich teilweise sehr ähnlich an, aber, ähm, ähm, ja. Gott, jetzt habe ich Kreuzelskreis im Kopf. Wie heißt es? Fury. The Fury. Sorry. Ist, äh, ist dann doch irgendwie sehr ein eigenständiger Film. Gott sei Dank, keine Fortsetzung von Carrie. Also, ich muss sagen, Carrie, äh, stinkt für mich ein bisschen ab nach dem Film. Boah, das ist jetzt aber schon sehr hart. Aber ... War ja auch nie ein Fan. Ich mag Carrie sehr gerne, muss ich sagen. Und ich mag vor allem bei Carrie, und das sehe ich eben auch in The Fury, dass, ähm, es beides Male Frauenfiguren sind oder generell auch junge Menschen, die, äh, auch so eine Coming-of-Age-Thematik haben. Also, die irgendwelche Fähigkeiten entwickeln und sich mit denen stoßen und versuchen, damit zurechtzukommen, ähm, dass sie vielleicht nichts sind wie andere Menschen. Und, ähm, bei Carrie ist das ja auch, äh, so ein bisschen diese Metapher dafür, dass Carrie vom Mädchen zur Frau wird. Und bei The Fury geht es vielleicht dann noch mehr darum, dass man Außenseiter ist auf eine Art, dass man anders ist als der Rest der Menschen. Und, ähm, auf eine Art gibt es aber doch wieder diese Momente, dass, äh, Gillian, dass die Hauptfigur, äh, andere Leute nicht berühren möchte oder nicht an sich ranlässt. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch was, was in der Pubertät gerne mal passiert. Ja. Dass man irgendwie seinen Kontakt einschränkt, dass die Eltern nicht mehr so nah kommen sollen, auch wenn das da aus anderen Gründen geschieht. Man hat ja dann einfach so ein Unwohlsein, das man vielleicht auch gar nicht erklären kann. Und, äh, genau das hat ja Gillian ja auch. Und sie, ähm, das fand ich sehr schön im Film, muss man sich wirklich deutlich nochmal vorstellen, sie ist ein extrem aktiver Charakter. Also, sie entscheidet selbst, dass sie sich Hilfe suchen möchte, anstatt dass du jetzt irgendwie so eine typische, wie es gerne in anderen Filmen ist, Elternperson hast, die dann sagt so, hier Mädchen, guck mal, ich hab dir diese Institution rausgesucht, ähm, da wirst du jetzt mal untersucht. Und, ja, ja, ist nicht schlimm und in drei Tagen bist du wieder daheim und dann, äh, setzt es so seinen Lauf. Und hier haben wir wirklich diese Gillian, die durch Zufall eben von dieser, äh, Telekinese-Stelle da, ich weiß nicht, diese Büro. Ich frag mich übrigens, ob das ein Zufall ist. Mein, beim Wiedersehen dachte ich kurz so, könnte ja auch sein, dass die so auch auf Scouting sind so, ne? Ah, ja. Aber ihr habt vielleicht, aber es wird nicht weiter ausgeführt werden. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also, es würde auf jeden Fall mit reinkommen. Aber gerade durch diesen, ich hab den Namen vergessen, aber diese Obdachlose, da, äh, sie weiter empfiehlt. Ach so, ja, ach ja, richtig. Da war ja noch was. Ja, der weist ja wirklich drauf hin. Insofern scheint es ja so zu sein, dass die danach suchen, nach weiteren Probanden. Und aber, nur noch mal kurz diese Idee, dass da so eine, so eine weibliche Figur ganz selbstverständlich, äh, für sich selbst eigene Verantwortung übernimmt. Also, äh, das geht ja auch so weit, dass die Mutter ja durchaus genauso ist, wie du es manchmal erlebst, so, ne? Dass sozusagen den, 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 den Figuren vorgegeben wird, was jetzt als nächstes gut für sie wäre. Aber sie wehrt sich einfach dagegen, hat eine eigene Idee, ne? Mhm. Weil die Mutter wird ja, das klingt so an, als würde die Mutter meinen, ja, dann geh mal zum Psychiater oder so, ne? Also so. Sie spricht's nicht aus, aber es liegt schon so ein bisschen in der Luft. Und das finde ich auch total, ähm, äh, also da sehe ich auch wirklich eine sehr starke Parallele zu Carrie. Und dann, dieser Fortsetzungsgedanke, kommt bei mir übrigens deswegen, es ist ein bisschen so, was wäre, wenn diese, äh, sozusagen solche telekinetischen oder telepathischen Fähigkeiten, wie sie auch Carrie besitzt, was wäre, wenn eine, äh, geheime Regierungsorganisation auf die Idee kommen würde, das zu instrumentalisieren und als Waffe zu entwickeln? Das ist ja so ein bisschen das, in was wir hier reingeraten. Mhm. Ja. Es ist fast schade, dass das am Ende gar nicht ausgeführt wird. Also es, es würde noch Potenzial für einen Teil 3 geben. Bisschen absurd, aber genau an der Stelle musste ich ab und zu so mal an die X-Men denken, wo du eben auch, äh, einfach Menschen mit besonderen Fähigkeiten hast, äh, wo es genauso in verschiedene Richtungen läuft. Es kann ausgebeutet werden, äh, du kannst, äh, misshandelt werden. Man hat ja auch im allerersten X-Men-Film diesen kleinen Jungen, der dann in diesem typischen großen weißen Raum ist, mit irgendwelchen Spielzeugen und dann, ich weiß gar nicht mehr, was für Fähigkeiten er hatte. Aber, äh, auf der anderen Seite gibt's dann die Schule mit Professor Xavier, wo das dann gefördert wird und tralala. Und im ersten Moment hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, äh, Gillian ist da an die richtige Stelle geraten. Und, äh, so, äh, wenn man einige Filme gesehen hat, merkt man, äh, so, das ist mehr Schein als Sein. Irgendwann wird das alles nochmal kippen. Und es dauert ja auch ja nicht so lange, bis man merkt, okay, da, da steckt mehr dahinter. Und, ähm, der Spannungsaufbau, finde ich, war auch einfach sehr gelungen. Oder diese, diese ganze Einführung von dieser Institution, wenn sie da ankommt, ihr Zimmer bekommt, ähm, ihre Leute werden vorgestellt, ähm, das war alles, ja, so, bilderbuchmäßig gemacht. Ja, und ich finde es wirklich schön, dass sozusagen man irgendwann ja immer schon ahnt, also, wenn die Gillian mal jemanden zu fassen bekommt, also, wenn es eine körperliche Berührung gibt, dann wird sich zeigen, hat dieser Mensch, so habe ich das wirklich jetzt heute so ganz deutlich für mich nochmal gesehen, Schuld auf sich geladen, äh, dann wird's Blut, der will wie Blatt, ja. Und das ist für mich ein total toller Moment, wenn die Hesa, eine Frauenfigur, die, ähm, später noch sehr wichtig wird, äh, wenn, wenn, wenn sozusagen, äh, die Gillian ganz vorsichtig, aber dann doch bestimmt so ihre Hände nimmt und dann, nichts passiert, so, ne. Also, so ein, das, es gibt auch noch diese Menschen in dieser Welt, ja. Nicht alle sind irgendwie verwickelt in irgendwelche Verstrickungen aus Schuld und, und, oder Verdrängung. Eigentlich haben die Leute ja, die, denen das dann passiert, haben ja was verdrängt, so, die wollen ja eigentlich alle was Gutes, so und der, der, der Typ, der Leiter dieser Institution, der ja auch sehr darunter leidet, dass er da dafür gesorgt hat, dass der Junge den Kirk Douglas da so verzweifelt sucht, ähm, dort weitergereicht wird, das hat er ja mit zu verantworten, da kann man ja nur noch schlafen, wenn man die Whiskyflasche auch immer austritt. Ja, das war ganz interessant, dass er eben nicht dieser böse Anführer dieser Psychiatrie ist, oder, ne, weiß ich nicht, ich hab jetzt kein besseres Beispiel, ähm, sowas, das hatte ich nämlich auch am Anfang erst gedacht und im ganzen Film, finde ich, werden eigentlich immer ganz interessante Charaktere gezeichnet, also, du hast natürlich so ein bisschen das Gefühl, du hast hier so Abziehfiguren, ne, du hast den bösen, korrupten, komischen FBI-Fuzzi von der Regierung, der eben die Telekinese-Kinder holen möchte, aber gleichzeitig, ähm, lernst du ihn noch so ein bisschen kennen, dadurch, dass er ja auch am Anfang als sehr enger Freund von Peter vorgestellt wird und so, und ich finde, alle Figuren haben nochmal so ein bisschen so eine Extra-Komponente und dadurch konnte ich mir sie zum Beispiel auch super gut merken, also jetzt nicht, ich hab mir jetzt nicht unbedingt vielleicht jeden Namen gemerkt, das ist auch nicht so meine Stärke, aber es waren, finde ich jetzt halt echt nicht so diese typischen 0815-Abziehfiguren im gesamten Film, also egal, wenn du anguckst und das hat mir extrem gut gefallen. Ja, also ich mein, mir ist aufgefallen, dass ich, also beim Bösewicht, der ist es wirklich doch schon sehr einseitig, also für mich ist das sozusagen, ich finde den so böse, die Figur, die John Cassavetes spielt, dass ich ihm noch nicht mal glaube, was der da am Anfang so freundschaftlich zeigt, aber du hast schon recht, also es gibt jetzt keinen wirklichen Grund, das anzuzweifeln, außer dass ich denke, dieser Mann ist so durch und durch gerungen, das würde ihn ja etwas einseitig dann machen und ein bisschen ist das, steht aber natürlich auch für mehr und drumherum ist ja wirklich auch nochmal ein richtig kleines Potpourri auch an Figuren, also wenn wir uns mal kurz daran erinnern, wenn Kirk Douglas auf der Flucht ist, ja, mit was für der Ausführlichkeit wir dort dann Nebenfiguren kennenlernen, die ja wirklich für den weiteren Verlauf der Handlung null Verwandtnis haben, ja, aber wenn Kirk Douglas da in so eine etwas dysfunktionale, wie soll ich sagen, Rentner-WG, Rentner-WG, ja, ich glaube, das war die Mutter, die Mutter und die Tochter und dessen Ehemann. Genau, nur dass das halt gerade da nicht so läuft und vor allem zum Nachteil der alten Dame, aber nachdem Kirk Douglas die da gefesselt hat, das Paar, hat die alte Dame wieder das Sagen, da war ich auch richtig nochmal so erstaunt, ach, so viel Humor hat dieser Film auch, ich habe den schon vor allem in Erinnerung mit all seinen düsteren und auch sehr, ja, sehr horrorartigen Momenten, dass der sozusagen diesen Humor noch mit drin hat, darauf kam ich gar nicht mehr. Es ist auch kein Film, dem man, glaube ich, dafür unbedingt erinnert, sondern diese düsteren Dinge stehen eindeutig im Vordergrund, aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir uns immer Filme irgendwie merken für ein Detail oder für eine Art und Weise. Das habe ich neulich gerade wieder bei Twitter gelesen, als es um Star Wars ging und jemand gesagt hat, oh, das geht ja überhaupt nicht, dass man Episode 5, also was war das, Rückkehr der Jedi, nee, ich vergesse mal die, das Imperium schlägt zurück, genau, Imperium schlägt zurück, dass da, während Blue leidet und so, dass da R2, D2 und C3PO Humor kommt und natürlich so ein bisschen als Backlash auf diese ganze Debatte um Episode 8 und Humor und Düsternis und so weiter, aber ich fand, da kam ganz gut durch, dass dieser Gedanke dahinter steckt, dass wir Star Wars vielleicht ernsthafter erinnern, als er tatsächlich war und genau so erinnert man vielleicht auf einen The Fury, dann deutlich ernsthafter, als er ist und damals ging das irgendwie auch noch zusammen, also damals wurden Filme produziert, die sowohl humoristische Spitzen hatten, als auch Gewalterruptionen und so eine düstere Grundatmosphäre und heutzutage sind Filme eben eher aus einem Guss und ein bisschen Stromlinienförmiger und das hat mir extrem gut gefallen, mal wieder, weil gerade einer wie Brian De Palma eben sich davon nicht unbedingt beeindrucken lässt, sondern einfach sein Ding macht und dann auch mal so eine Episode reinwirft, wie die von Kirk Douglas oder in einer anderen Situation einfach Leute grausam ermorden lässt durch dieses Karussell und dann harten Schnitt macht zu irgendeiner Unterhaltung von ein paar Schergen, die rumstehen und warten, dass was passiert und sich dabei über Kaffee unterhalten. Also generell, was ich auch besonders mag an dem Film, ist, dass du diesen Genremix hast. Also Nils, du hast ja schon gesagt, der ist nicht so Stromlinienförmig und also man kann schon sagen, es ist eher Thriller mit schönen, so diesen übernatürlichen Elementen. In Horror würde ich jetzt auch nicht unbedingt reinpacken, aber wenn man sich so einzelne Elemente anguckt, hast du auch so ein bisschen dieses, also ganz minimal so Coming of Age, weil du ja auch extrem viel Zeit mit Gillian verbringst, was ich gar nicht so erwartet hatte. Also mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr der Zeit verbringt man mit Gillian. Umso interessanter, dass ja Kirk Douglas hier der Hauptdarsteller ist und er wird auch als erstes genannt im Film, aber teilweise ist er wirklich eine halbe Stunde lang gar nicht zu sehen. Also das hat mich auch sehr überrascht. Also im Positiven, dann hast du eben diese ganze Verschwörungstheorie mit der Regierung, so was hat das damit zu tun und oh Telekinese, was ist das? Und dann natürlich auch den Plot von Kirk Douglas, wie er eben versucht, seinen Sohn zu finden, dass ja alles ganz dramatisch ist und da kommen so extrem viele verschiedene Elemente zusammen, die man alle mal hier, mal da zuordnen könnte und es funktioniert ziemlich gut, ziemlich perfekt, finde ich. Und umso interessanter noch, dass das immer so gegen, na nicht gegeneinander geschnitten ist, aber durcheinander gemixt. Also du bist nicht 20 Minuten bei Kirk Douglas und dann eine halbe Stunde bei Gillian, sondern es wechselt sich ab. Naja, manchmal ja schon, oder? Ja, manchmal schon. Also das ist das Lustige, es gibt irgendwie keine eindeutige Balance und keine eindeutige Vorhergehensweise, sondern mal ist es so im Zwei-Minuten-Takt der Wechsel und dann bist du mal eine halbe Stunde nur bei Kirk Douglas, dann bist du eine halbe Stunde nur bei Gillian und den anderen und Kirk Douglas taucht dann erst wieder auf, als Hester, ja, Hester und Gillian fliehen und bis dahin habe ich mir teilweise die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit Kirk Douglas? Wie ist denn der jetzt abgeblieben? So, dann war da eben vorher ewig lang auf Verfolgungsjagd mit seinen beiden Buddy-Cops, aber dann taucht er nicht wieder auf und das sind so Dinge, auf der einen Seite ist es, ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann, weil der Film eben doch wirklich nicht stromlinienförmig ist, weil er doch immer wieder Haken schlägt und sich vielleicht auch so ein bisschen selbst im Weg steht und die Balance nicht ganz findet, aber durch diese Ecken und Kanten wird er dann auf der anderen Seite noch spannender und noch einzigartiger, weil er eben eine eindeutige, nee, nicht eine eindeutige Handschrift trägt, aber weil er nicht dieses allgemeine Gefühl anderer Filme hervorruft, sondern er hat irgendwie so einen eigenen Look and Feel dadurch. Weiß nicht, wie ich das besser in Worte fassen kann. Also ich finde wirklich, es gibt keinen, also ich wüsste gar nicht, wer noch so ähnlich Filme macht, also die Momente enthalten wie diese fast, bis auf die Filmmusik fast stumme Sequenz, in der Gillian flieht, dann das wieder auftaucht und also viel in Zeitlupe da. also ich komplettes Stück so, bis es sozusagen eskaliert ist und dass das so eine, also das hat ja wirklich fast so eine, wie soll ich sagen, das ist wie so eine, also das löst sich richtig raus so, also hat einen ganz eigenen Rhythmus, es ist eine eigene Sequenz und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was danach dann folgt, aber wir hat kurz davor, wie ihr schon erzählt habt, haben wir noch über die Funksprüche der Überwachenden dort irgendwie gelacht. Also das finde ich wirklich auch ein, also manchmal eigenartigen Mix, aber dann merke ich, wenn denn Brian De Palma wieder auch in diesen Sequenzmodus schaltet, bin ich auch 100 Prozent drin und mir würden gleich noch drei weitere Sequenzen einfallen, die ich gar nicht aus dem Kopf bekommen kann. Ich war vor allen Dingen auch ganz froh, dass man so viel hin und her gewechselt ist zwischen Peter und Gillian, weil ich auch irgendwann im Laufe des Films gemerkt habe, wie schön ich es finde, Gillian auch näher kennenzulernen, dass man nicht einfach nur dieses Mädchen hat am Rande der Geschichte, die eben telekinetische Kräfte hat und dann irgendwann mal wichtig wird dafür, dass wir dann auch Robin finden, also den Sohn von Peter, der ja eigentlich gesucht wird, weil er am Anfang des Films gekidnappt wird, also ja doch eigentlich nicht so zu nennen und so fühlt man irgendwie auch viel mehr mit ihr mit und man hat mehr Verständnis auch für ihre Situation und gleichzeitig finde ich aber auch, ist Peter nicht unwichtig. Also man behält ihn die ganze Zeit im Hinterkopf und er wird immer wieder zu wichtigen Momenten im Film hervorgeholt und auch dadurch, dass er die Verbindung zu Esther hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn Esther im Bild ist, muss ich auch zwangsläufig immer an Peter denken und wenn dann Schlüsselmomente kommen, wo Gillian zum Beispiel zum ersten Mal erwähnt, dass sie in einer Version den lebendigen Robin gesehen hat, wie er eben aus dieser Institution flieht, genau da sieht man im Hintergrund auch Hester stehen und man denkt sofort so, okay cool, jetzt weiß dann auch, wenn Peter mal irgendwann mit Hester spricht, dass sein Sohn noch am Leben ist und das wird in der Szene eigentlich überhaupt nicht großartig thematisiert und Hester ist noch nicht mal in der Schärfe, ich glaube sie ist so ein ganz bisschen unscharf im Hintergrund und trotzdem finde ich, denkt man da sofort mit, also es ist ein ganz intelligent gemachter Film, finde ich. Ich würde nur kurz einmal an der Stelle das immer technisch reinwerfen, wo du das meinst, wo Hester, wo du nicht sicher bist, ist sie in der Schärfe, ist sie nicht, es ist ein unmöglicher Shot, von dem es ein paar gibt, von die Brian De Palma mit seinen Kameraleuten sehr berühmt ist und es gibt noch andere Regisseure, die das machen, da ist sozusagen ein Objektiv, das zwei verschiedene Schärfenebenen hat, das heißt, der Hintergrund ist scharf, es gibt dann einen Teil, in dem es unscharf ist und plötzlich ist es im Vordergrund wieder scharf und da sehen wir dann Gillians Gesicht, zum Anschnitt. Split Die Opter schon. Ja, genau, und das macht wirklich eine ganz eigenartige, also auf jeden Fall Lenk ist den Fokus gnadenlos auf Hester und gleichzeitig hast du trotzdem in voller Schärfe das Schweiß überströmte Gesicht von Gillian. War das echt genau der Situation? Und Tarantino macht das wegen Brian De Palma, muss man dazu mal sagen. Also er bezeichnet ja Blowout als einen seiner Lieblingsfilme und bei dem ist es gerade zu Beginn ständig so, dass du so den Uh-Hut wie der Kugelschaf hast und gleichzeitig John Travolta auf der Brücke mit seinem Mikro scharf hast. Und ich habe dir gern zugehört, Michi, weil ich gern immer neugierig bin, wie ist das eigentlich, wenn man nicht diesen technischen Blick quasi in dem Moment hat, sondern eigentlich im Gefühl der Szene ist, weil darum geht es ja letztlich. Und das, was du beschrieben hast, also da, man ist, einem ist völlig klar die Bedeutung, die diese Information für Hester hat. Also das Gefühl und die Tragweite für die nächsten Schritte. Da muss noch gar nicht noch drei weitere Szenen das zeigen, wie sie das jetzt weiterträgt, sondern das sitzt einfach und das, das finde ich sehr beeindruckend. Also das ist eben auch Brein die Palme. Also hat er gerade noch so, man fragt sich, warum dauert das jetzt so lange, wie Kirk Douglas sich auf einen alten Mann trimmt, so, ne? Und warum gehört das jetzt nochmal in diesen Film? Und dann gibt es solche präzisen Szenen und ich denke so, ja, das, das, das meine ich mit so, das macht es für mich ziemlich einzigartig. Ich wüsste wenig, wüsste wirklich kein Beispiel, wo das jemand auch so macht, so. Also weil man ja vielleicht denken würde, ja mach das mal nicht so, entscheid dich mal, sei mal konsequent oder so. Ich bin mir sehr beeindruckt, dass das so geht. Ja, ich glaube, das ist was, wo ich immer denke, dass er es von Hitchcock hat, der ja auch immer wieder versucht, ähm, wichtige Informationen dem Zuschauer bildlich, ja, vorher beizubringen und zu sagen, so, das hier ist jetzt, äh, das, was weiß ich, das interessante Objekt, guck dir das an, später kommt's wieder. Ja, Hitchcock macht das ja gerne mal mit dem Holzhammer, also er zeigt dann Sachen dreimal, wenn sie wichtig sind, so damit der Zuschauer es auch endlich verschwunden hat. Aber er zeigt es eben. Ja, genau. Und Brian Palmer hat sich, glaube ich, das rausgepickt, dass man Dinge dem Zuschauer bildlich zeigen kann und dass er es dann auch verstehen wird und sich merken wird. Und das finde ich immer sehr schön. Und genauso ist es auch in diesen besonderen Sequenzen, du hast die eine ja schon angesprochen und das war für mich auch irgendwie eine der, ja, eins der Herzstücke des Films. Und in denen ist es immer wieder so, dass er die Position wechselt, dass man mal die Perspektive von Kirk Douglas einnimmt, dann die von Gillian, dann die von unbeteiligten Leuten. Ja. Und er macht diese Architektur der Szene ganz, ganz, ganz deutlich. Also am Anfang haben wir nur die beiden Frauen, die in eine Richtung laufen und dann wird dieser Blick immer weiter geöffnet dadurch, dass wir eben weitere Perspektiven und weitere Personen dazu bekommen. und durch diese Zeitlupe und die wechselnden Einstellungen und das Vorgehen, dass man erst immer die Figur zeigt und dann den Blick der Figur zeigt, versteht man eben sofort, wie sie gegeneinander verortet sind. Also wie sie in diesem Raum zueinander stehen, wo sie positioniert sind, welche Bewegung sie haben, dass das Auto zum Beispiel dann erst mal geblockt wird und dann doch weiterfahren kann und so weiter. Da sind so kleine Geschichten innerhalb dieser Szene, die Brian de Farmer einfach nur visuell erzählt und man versteht sie problemlos. Man muss nicht darüber nachdenken, weil er es eben so exakt und genau geplant hat. Und das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend. Das ist auch wirklich, ich merke auch wirklich, das befriedigt mich. Das ist so pures Kino. Ja, also ich mag tatsächlich diese klare Orientierung. Also ich gehöre, also ich frage mich gerade, was sagt das eigentlich über mich, dass ich Ordnung im Kino mag? Aber da steckt auf jeden Fall eine große Kraft drin. Ich glaube, weil das diesen Moment einfach auch immer weiter dehnt. Also ich muss nicht, ich bin nicht mit Nachdenken, wie jetzt was zusammenpasst beschäftigt, sondern ich bin mitten in dem Moment auch so ein bisschen wie so im Traum. Es läuft einfach ein Stückchen zu langsam. Ich ahne schon, das geht schief, aber ich kann es auch nicht verhindern. Also das ist, irgendwie daran steckt wahrscheinlich die Kraft, dass man klar orientiert ist in etwas, was ansonsten ja komplett eskaliert. Also mit einem Ergebnis, das auch Kirk Douglas so nicht geplant hat und die Katastrophe eigentlich schon einläutet. Ich glaube, das ist auch wie Menschen, das manchmal von Extremsituationen erzählen. Ja, das stimmt. Dass sie in dem Moment Dinge wahrnehmen, wie in Zeitlupe und sich verhalten wie in Zeitlupe, weil sie irgendwie in Sekundenschnelle irgendwelche Entscheidungen treffen müssen und aus dem Weg springen müssen vielleicht, weil ein Hindernis auf sie zukommt oder so. Und dass viele dann davon sprechen, so Nahtoderfahrung, dass sich die Zeit irgendwie ausdehnt, dass es sich anfühlt wie Zeitlupe, auch wenn das natürlich nicht möglich ist. Und Brian De Palma nutzt diesen Effekt einfach filmisch. Ich will noch mal ein Gimmick reinschmeißen. Das hat was damit zu tun, dass wir, als wir hier so saßen und da lief das Menü von der Aero Blu-ray und da gab es schon ganz viele Szenen und auch ganz viele Momente, auch aus dieser Szene schon. Und also wer jetzt wirklich den Film noch nicht gesehen hat, der tut sich den Gefallen und guckt ihn dann jetzt erstmal, bevor er weiterhört. Aber das ist gar nichts Großes. Da ist ja dieser Jogger, der dann auch von Kirk Douglas erschossen wird. Und dass der erschossen wird, das sah man halt schon im Menü. Das hat mich genervt aus folgendem Grund. Dieser Jogger taucht schon zweimal in dem Film lange vorher auf. Es gibt einmal eine Szene, wo Kirk Douglas mit Gillian, das kann man nicht wissen, wenn man, habe ich jetzt wirklich das fünfte, sechste Malen. Ach guck mal, da läuft er hinten schon lang. Also wenn Gillian mit Kirk Douglas so einmal schon mal so spazieren geht, oder nee, es ist nicht Gillian, sondern er heißt, er ist da nämlich an. Ja. Da weiß ich jetzt gar nicht. Nee, natürlich nicht. Gillian sieht doch Kirk Douglas bis zum allerersten Mal. Ja, genau. Das ist ja auch toll, dieser Moment, wenn sie sich so umdreht und denkt, bist du nur hilfreich oder bist du auch nur der Nächste, der mir an die tragen will? Bist auf jeden Fall ein Typ mit Waffe. Ja, genau. Das ist wirklich toll. Amy Irving ist das. Wirklich eine tolle Darstellerin, die auch schon in Carrie mitgespielt hat übrigens. Also die ist da quasi sowas wie die gute Freundin, die sehr für Carrie sorgt, wenn die ihre Menstruationen am Anfang bekommt, mitten in der Dusche. Und dann aber immer weiter auf diesen Fahrtgerät und sich entscheiden zu müssen, ist Carrie nun die Doofe und gehöre ich zu den anderen Coolen? Naja, zurück zu dieser Szene. Das heißt also, wir sehen also diesen Jogger, der läuft da schon ganz selbstverständlich, also lange vorher auch so rum. Er läuft dann auch interessanterweise auch in so einer Totale auch schon auf diesem Anwesen rum, wo die den Jungen sozusagen immer so weiter trainieren. Und ich mag halt diesen Suspensmoment, dass wenn der da so angelaufen kommt, also noch bevor er sich entschieden hat, da einzugreifen in die Szene, ist das ja schon ein unwohles Gefühl so. Aber man weiß es eben noch nicht so. Und das mag ich sehr gerne. Also dieses Spiel mit, also da ist halt nichts zufällig so. Hatte er dann das Gleiche an? Hast du ihn daran erkannt? Ja, wirklich. Also wenn man es sieht, ist es auch so, er ist ja auch total platt eigentlich. Aber dadurch, dass es eben ja in dem Moment noch nicht der Fokus drauf gesetzt wird, ist das was Unterschwelliges. Und das verändert sicherlich den Blick, wie man so einen Typen wahrnimmt. Ja, ganz witzig, dass du das sagst, weil in der Szene, in der Zeitlupenszene, wo dann Gillian flieht, sieht man ihn ja auch öfters mal. Also er wird öfters von der Kamera eingefangen und ich denke mir so, warum filmen die jetzt einen Jogger? Das war einfach so, was soll das denn jetzt? Weil er joggt halt einfach wirklich, er ist ja auch im Park und es ist ein sonniger Tag, alles passt. Und dann fängt er ja irgendwann richtig an zu rennen und er rennt auch mit Blick auf Gillian. Und das ist dann der Moment, wo man spätestens auch verstanden hat, so, oh, ach so, der gehört dazu tatsächlich. Aber es ist natürlich umso genialer, wenn man es vorher schon weiß und dann wird er immer wieder eingeblendet. Das hat ja auf dich gewirkt, halt unterbewusst. Also das meine ich damit. Ja. Das ist einfach merkwürdig. Okay, ich weiß, dass der eine Bewandtnis hat, aber ich weiß nicht, welche. Ich dachte, er wird von einem Auto umgerannt. Also das Wichtige ist einfach, du weißt, es gibt die beiden Frauen, Hester und Gillian, es gibt Kirk Douglas, den Peter heißt er ja, es gibt den Jogger und es gibt ein Auto. Und am Anfang sind es eben nur die beiden Frauen. Dann kommt, glaube ich, das Auto hinzu. Dann kommt der Jogger hinzu. Dann kommt Kirk Douglas hinzu. Also die Szene wird eben immer noch mal ein bisschen verbreitert und vergrößert und der Fokus erweitert. Und dadurch, denkt man am Anfang, ist es einfach eine simple Flucht. Und erst später nimmt man so diese ganze Tragweite von verschiedenen Schicksalen, die da eingreifen waren. Das hat eine gewisse Ramatik auf jeden Fall. Ich meine, die Tatsache, dass Kirk Douglas versehentlich seine große Liebe dort in den Tod reißt, das ist ja das Schöne, dass es nicht nur eine formale Spielerei ist, sondern es ist wirklich ein riesengroßer Wendepunkt für die Figuren da. Also ohne diese Szene würden wir nicht verstehen, warum Kirk Douglas sich am Ende dann auch in den Tod schmeißt. Weil nachdem sein Sohn tot ist, ist nun wirklich nichts mehr da. Das stimmt. An den Stellen finde ich, bei Brandy Palmer kenne ich auch Filme, die eher vor allem formal sind, bei denen ich manchmal mich frage, was hast du gefühlt, als du das konstruiert hast, die aufwendigen Sequenzen. Aber in dem Film ist mir das vollkommen klar. Und in Filmen wie Kalitus Weh ist mir auch vollkommen klar, bei Brandy Palmer schlägt das Herz am rechten Fleck. So, alles gut. Aber manchmal gibt es ja wirklich Filme von denen, wo ich so denke, so, oh Gott, und noch eine Verwirrung irgendwie in der langen Sequenz und so. Ich weiß nicht, ob das Snake Eyes mit ... Ja. Es gibt ja so Filme. Aber ich fand, vor allem zum Beispiel auch jetzt bei dem Tod der Hester, fand ich es richtig gut, dass das auch alles nicht so breit getreten wurde. Also es war ein dramatischer Moment und es wurde auch deutlich gezeigt hier, sie ist ja auch sehr schlimm gestorben, muss man ja dazu sagen. Und dann auch noch diese Dramatik, sie ist für eine gute Sache gestorben, für etwas, woran sie auch selber glaubt. Und dann ist noch indirekt Peter ja dran schuld, weil er ja den Fahrer des Autos umbringt und dann durch Zufall das Auto dann auf sie geleitet wird. Also da spielen so viele Komponenten mit zusammen. Und so wie es gefilmt ist, so wie die Szene gemacht ist, wird es alles deutlich. Und dann hast du einmal noch mal einen Moment später, genau an die Szene anschließend, sitzt Peter mit Gillian im Bus und sie fahren sozusagen in Richtung Freiheit oder auf der Suche nach Robin, ist ja egal. Und da merkt man schon, es geht ihm nicht gut und er trinkt irgendwas Hartes, so um klar zu kommen. Und dann hat er einen kurzen Moment, wo er wirklich auch zusammenbricht und sogar sein Gesicht abwendet, nicht nur vor Gillian, sondern auch vor der Kamera. Und es ist dann in dem Moment so ein starker Moment. Aber mehr braucht man auch nicht. Es wird nicht weiter thematisiert dann und da muss man wirklich auch Fingerspitzengefühl zeigen, um es dem Zuschauer richtig rüberzubringen und auch nicht irgendwann, dass man das Gefühl hat so, ja, jetzt reicht's auch, wir haben's verstanden, ihm geht's nicht gut. Und er zerbricht dran, aber er zerbricht nicht so dran, dass er sozusagen jetzt der traurig-dramatisch-romantische Charakter ist, der nichts mehr mit seinem Leben anfangen kann und komplett aggressiv ist, sondern er hat immer noch seine Mission, seinen Sohn zu retten, was er jetzt auch in greifende Nähe rückt, dadurch, dass er Gillian als Verbündete hat, beziehungsweise er will sie ja auch zwischendurch mal schützen und von allem wegbringen und so. Und wie du auch schon sagtest, wenn er sich dann tatsächlich in den Tod stürzt, ergibt das alles komplett Sinn. Es ist eine logische Abfolge. Und genauso wird sein Tod nicht unendlich lange bejammert. Und er kriegt nicht den riesenkranken Heldentod oder was auch immer, sondern es ist ein extrem verzweifelter, dramatischer Selbstmord. Genau, aber es ist immer eine schöne Varianz des Erzähltempos, das darauf folgt. Also dass erst diese wahnsinnig überbordende kinetische Energie sichtbar wird, ist zwar in Zeitlupe, aber eben doch viele Einstellungen, viele unterschiedliche Perspektiven trotz Zeitlupe einigermaßen schnell geschnitten und dann einfach eine lange Einstellung im Bus, in der eigentlich nur zwei Leute miteinander interagieren. und das haben wir auch öfters und generell enorm viele lange Einstellungen und ganz viele Tracking-Shots, für die war eine Form ja auch berühmt ist und wo mir immer ein bisschen das Herz aufgeht, wenn man wieder sieht, dass er auch manchmal nicht mit Schnitten arbeitet, sondern mit Schwenks, um von einer Figur zur anderen zu schneiden, in Anführungszeichen. Und ja, einfach oftmals, glaube ich, ein Gefühl dafür hat, den Zuschauer nicht aus der Szene zu reißen, sondern immer wieder drin zu lassen und so. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Genau darum geht es. Also das ist seine Idee von filmisch die Spannung erhalten. Natürlich wissen wir frühestens, oder spätestens seit Eisenstein, dass man das auch durch extrem komplexe Montage machen kann. Aber die vielleicht sogar höhere Kunst, das in einer Einstellung zu machen, ohne beliebig zu sein, also dieser Moment, als du zum Beispiel auch während wir geguckt haben, so gesagt hast, oh, da ist wieder eine von diesen langen Einstellungen. Du wusstest es schon. Da war sie gerade mal, weiß ich nicht noch, das erste Viertel erst gelaufen. Das ist so eine nächtliche Straßenszene. Kirk Douglas ist da gerade auf alt verkleidet und guckt, ob er da irgendwie rauskommt aus der Nummer. Er weiß, er wird beobachtet. Und dieses, er weiß, er wird beobachtet, so, vielleicht wissen wir es auch jetzt vor allem. Und dann ist das eben, das ist extrem aufwendig. Da ist ein Kran, der sozusagen sich langsam senkt und dann dreht aber die Kamera, also da muss auf Schienen sein, der Kran, wird da irgendwie unter dieser Brücke gerade durchgeschoben. Also ich spüre regelrecht, was da gerade für ein Konstrukt im Hintergrund abgeht, damit das so leichtfüßig... Genau, es beginnt ja dann noch damit, dass diese Beobachteten... Stimmt, das ist der erste Schuss. Das ist nämlich das Interessante. Erst sehen wir die Beobachter, die Scherben. Aus dem gegenüberliegenden Fenster. Ja, richtig. Und die Kamera fährt dann langsam weg davon, bis sie dann irgendwann Kirk Douglas findet. Und die ganze Szenerie der Straße, die dann eben auch für alles, was an Aktionen folgt, als Setup fungiert. Und das ist übrigens total schön. Ich habe jetzt erstmals im Blu-ray das Ding gesehen, das wäre auf der Kinoleinwand noch der Oberhammer gewesen. Ich habe vorher nie gesehen am Anfang dieser Einstellung, dass da John Cassieverde sitzt und aus dem Fenster guckt. Das realisiere ich gerade. Ne, guck dir das nochmal auf DVD an. Da siehst du halt... In schwarzen Mann. Ne, du siehst nicht hundertprozentig, dass da noch ein Typ... Das ist ja schon sehr weit weg quasi, aber das ist fürs Kino gedreht und nicht fürs Telefon. Also insofern... Und auch da sind die beiden Cops im Cadillac schon zu sehen. Ja, ja, das stimmt. Richtig sind auch alle schon dabei. Aber ganz witzig, diese langen Einstellungen, ganz oft führen die bei mir dazu, dass ich so total versinke im Film und dann merke ich die lange Einstellung nicht. Also irgendwann denke ich mir so, da war jetzt aber lange kein Schnitt und das dauert bei mir. Und in dem Moment, auch wo du das sagtest, Nils, dachte ich echt so, hä, was? Was? Kann man nochmal zurückspulen kurz? Aber das ist gut. Aber das ist bei mir eben auch... Das heißt, das funktioniert. Ja, genau. Es ist mir aber wichtig, das nochmal rauszufinden, weil... Ja, absolut. Bei mir ist es mehr so, dass ich das erwarte, weil es eben Brian De Palma ist und da weiß man, was kommt. Und dann denke ich an so Situationen wie ein Scarface, wo sie mit der Kettensäge im Bad stehen und dann die Kamera davon wegschwenkt durchs Fenster und sich ewig Zeit nimmt, um dann erstmal die beiden Typen im Auto zu zeigen oder den, ich glaube nur den einen, der dann noch mit den Frauen flirtet, die auf Rollerskates vorbeifahren. Und dann geht die Kamera ganz quälend langsam wieder zurück in diese Szenerie zurück. Und das sind so Brian De Palma schluckt. Ja, zumal, dass er auch mit der Tonspur... Genau, Zeit nimmt, um dann nochmal wegzugehen. Er weiß halt auch... Bild Tonspielereien auch ohne Ende. Er weiß auch einfach ganz genau, wie er so sein Setting nutzen kann. Also das ist wahrscheinlich alles monatelang geplant und überlegt und so. Das ist auch nicht zufällig, dass wir jetzt in dieser Chicagoer Straße waren mit diesen zwei Häuserwänden und so. Weil das ist mir auch teilweise aufgefallen, wie extrem hübsch das alles ist. Also es wirkt jetzt nicht unrealistisch oder so. Man hat schon das Gefühl, man ist jetzt einfach in Chicago und jetzt hier in diesem einen beliebigen Motel. Aber gleichzeitig, wie es auch geschossen ist, dass du dann eine Kamera hast, die auf der Straße ist und so schräg hoch guckt und dann hast du auf der linken Bildebene noch irgendwie so diese metallenen Treppen reinragen und rechts siehst du dann diese wunderschöne alte Häuserwand einfach mit diesen drei, vier, fünf, sechs Stockwerken oder was. Mit dieser, ja, einfach eine tolle Fassade. Und das nimmt man manchmal gar nicht so wahr, weil dann irgendwas passiert. Dann redet irgendeiner und da ist dann der Fokus drauf. Aber irgendwann habe ich mal darauf angefangen, zu achten, wie die Sets generell aussehen. Und dadurch, dass wir auch viel hin und her reisen und auch in diesem großen Haus von dieser Institution sind, ist ja auch Bildschön, ist so eine riesige Villa eigentlich fast schon. und später haben wir St. Robin dann ja auch nochmal in so einer anderen Villa gefangen oder so. Naja, aber da habe ich immer das Gefühl, dass jeder Raum irgendwie auch mal passen sollte zu dem, was er aussagen sollte. Und in der, da wo Gillian gefangen ist, mehr oder weniger in dieser Institution, ist ja auch alles einfach zu hübsch. Es ist zu hingerichtet. Es ist zu peak fein irgendwie. Schön, dass du gerade hingerichtet und nicht hergerichtet gesagt hast. Unterstützt es nochmal. Ja, hergerichtet. Es sieht ja wirklich alles aus wie gemalt und unterstützt dieses Gefühl, das man am Anfang hat, wenn man das Haus kennenlernt, dass das alles zu toll ist und dass es irgendwann einfach kippen muss und so. Und ja, dieses gemalte Gefängnis sozusagen, was nicht auffallen soll als Gefängnis und so weiter. Und das hat mir sehr gefallen, dass der ganze Film einfach extrem durchdacht ist, nicht nur, was eben Drehbuchung und so weiter angeht, sondern ja bis hin zu den Set Pieces. Merkt man einfach, dass sie sich da extrem viele Gedanken gemacht haben und auch Zeit genommen haben, das alles perfekt auszusuchen und dann eben auch noch mit der Kamera schön abzufilmen einfach. Also ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo das Setdesign wirklich miterzählt und ich dann so dachte, während wir geguckt haben, ich habe vermutet, da ist noch viel mehr an Szenen drumherum. Also nämlich wie dieser, Peter ist das genau, wie Peter dort in diesem Anwesen lebt sozusagen. Auch so, ja eigentlich auch immer zurecht manipuliert von der Wissenschaftlerin. Robin. Ach Robin, danke. Robin ist der Sohn und Peter ist Köken. Ja, ja, gut, dass ihr es merkt. Genau. Wie Robin dort lebt, dass das sozusagen, die ihm da wirklich diesen goldenen, ich wollte gar nicht sagen goldenen Käfig so, aber ja letzten Endes sozusagen, alles ist sozusagen für ihn da. Es gibt also eigentlich einen Ort, an dem man an nichts fehlt. Ein kleines Paradies. Genau, eine wunderschöne Wissenschaftlerin, die sich ihm hingibt. Man könnte das quasi auch alles total toll finden, nur es ist halt alles heuchlerisch, verräterisch und alle wollen nur was für sich dabei rausziehen und dabei maximal von ihm abziehen. Also total nachvollziehbar auch, dass das dann, da kann man schon mal wütend werden und Leute kaputt schleudern. Ich interpretiere jetzt mal ganz viel da rein. Bei Brian De Palma ist es ja auch so, dass er immer so als der Außenseiter in Hollywood galt, also der zeitweise eine große Karriere vorhergesagt bekommen hat, aber dann doch immer wieder, wenn es so auf einen Sprung war, wenn er kurz davor war, dann doch wieder was anderes gemacht hat und angeeckt ist und sich mit dem Studio überworfen hat. Vielleicht ist das ja auch so ein Gedanke, den er da verpflanzt hat, dass in Hollywood dir alle zu Füßen liegen und du dir sollst an nichts mangeln, aber es ist eben Schein. Es ist nicht das, was du möchtest. Letztendlich bist du ihren Vorstellungen unterworfen und nicht frei, das zu tun, was du tun möchtest. Und ja, wird eben zusammenfassen mit vielen Metagedanken, die Brian De Palma gerne mal unterbringt. Ich fand es auch hier wieder sehr schön, dass er diese Telekinese oder telepathischen Fähigkeiten so erklärt hat, wie in einem leeren Kinosaal zu sitzen und sich das selbst zu projizieren quasi. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Situationen, wo Gillian diese Vision hat und dann im Grunde einen Film abfährt und auch gleichzeitig sie gezeigt wird an dem Ort, wo sie real gerade steht und existiert und das dann einfach von der Tonspur so überlagert wird, dass man trotzdem in ihrem Kopf drin ist und das miterlebt, was sie in ihrer Vision sieht. Also das ist ein grandioses Zusammenspiel von Bild und Ton. Also ich muss wirklich sagen, da wäre alles total scheiße und scheiße gespielt und total bekloppt zusammenmontiert. Wenn es nur Gillians Visionen geben würde, wäre das für mich ein Wert an sich. Also ich will mal nur zwei Sachen rausnehmen, weil du gerade von Projektionen gesprochen hast. Selten sehe ich einen so genialen, sichtbaren Einsatz von Rückprojektionen und einer Schauspielerin, die offenbar auf einer Plattform steht, die sich dreht. Ja, aber wie genial, dass sozusagen mit der in Zeitlupe ablaufenden, ich würde sagen, 360-Grad-Schwenk-Sequenz, die sozusagen in die Vergangenheit von Elzef und Robin schaut und sie sieht das und also ich weiß nicht, also das macht total Sinn, dass beim Gucken ist es sofort klar, was wir erleben und es ist auch klar, dass das sozusagen eine Künstlichkeit hat. Es ist nur eine Projektion, es ist eine, also so wie das halt aussieht, eine Rückprojektion, da sieht man ein bisschen das Korn der Aufnahme an und das ist ja jetzt dann nochmal abgefilmt und es flimmert so ein bisschen und das passt aber zu dieser Ästhetik der Rückerinnerung. Ich finde, das funktioniert super. Und das andere, das finde ich, ist vielleicht sogar noch großartiger, weil es nur, quasi nur, in Anführungsstrichen, mit Schnitten funktioniert, also auf der Ton- und Bildebene, das ist das, was du schon angedeutet hast, dass sie also in dem Zimmer von Robin ist und da läuft ein Gespräch ab, das hatte Robin mit dieser Wissenschaftlerin, es ähnelt auch ein bisschen den Gesprächen, die sie dort mit den Wissenschaftlern hat und gleichzeitig ist es bei ihm schon viel dramatischer, er will da raus, also ein bisschen spricht Robin sozusagen in der Vergangenheit das an, was Gillian vielleicht schon fühlt und wie das montiert ist, wie das manchmal ganz deutlich sozusagen so mit Match-Cuts arbeitet, also gerade steht sozusagen Gillian noch an dem gleichen Ort, wo der im Schnitt jetzt Robin ist und dann ist es aber manchmal wirklich nur durch einfaches Hin- und Herschneiden und durch die klare Farbgebung wissen wir, wo wir gerade sind, das ist so, das ist das pure Studio. Irgendwie durch aufwendig und gleich das total einfach gemacht. Und gerade in der Szene ist es ja so, dass Gillian sieht, was Robert gesehen hat und das, was er gesehen hat, ist Robin, sorry. Jetzt war ich... Nee, Peter. Also Gillian sieht in ihrer Vision Robins reale Erinnerung oder reales Erlebnis quasi davon, wie er die Videoaufnahme davon sieht, was in der Eröffnungsszene des Films gefilmt wurde. Ach ja, das... Innerhalb des Films. Also da sind ja auch noch diverse Ebenen. In dem Moment sozusagen. Genau, quasi. Aber sie erlebt eine gefilmte Erinnerung, wie auch immer. Also da hängen einfach diese ganzen filmischen Erzählebenen so interessant ineinander, denn das war auch schon so ein Ding. Als in der ersten Sequenz auf einmal alles losbrach, hat es mich erst mal völlig auf den falschen Fuß erwischt. Ich war wie gebannt. Das war ein wahnsinniges Erlebnis. Hat mich sehr gefreut, auch weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und dann aber dieser Typ, der in der Schießerei anfängt zu filmen, ich habe es nicht verstanden. Nö, kann man ja auch gar nicht. Ich dachte, aber es hat mit Sicherheit eine Bewandtnis. Das ist Brian de Parma. Aber die kommt ja auch erst so viel später. Du musst gerade irgendwie drei Minuten des Films warten. Diese Sequenz, von der wir gerade gesprochen haben, ist dann der erste Hinweis im Grunde, worum es geht. Aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Naja, die haben ja einfach den Tod des Vaters gefilmt, um das dann später nutzen zu können. Um ihn irgendwie zu brechen oder so. Ja, seine Therapie, sage ich es mal. Wisst ihr, ich habe das falsch erinnert. Und vielleicht macht es aber trotzdem Sinn, auch wenn meine Erinnerung quasi an einer Stelle einen Fehler hat. Ich dachte, dass sie sehr bewusst dort inszeniert haben, wie diese Terroristen mit diesen Turbanen dort angreifen, dass das auch die Mörder seines Vaters sind, um ihn dann anschließend auf solche Menschen mit Turbanen sozusagen anzusetzen. Das wäre der heutige Zeitgeist, ne? Ja, ja. Weil in meiner Erinnerung war das sozusagen dieser Moment, wo dort das Karussell auseinanderfliegt, war kein, ich bin wütend auf die, sondern ich habe einen Auftrag. Das hatte ich falsch erinnert. Aber trotzdem erzeugt das das ja. Also zumindest, vielleicht ist es ja auch unbeabsichtigt. Nee, ich habe es aber auch eigentlich genauso gedacht. Also vor allem in dieser komischen Karussellszene, weil das sind ja, jetzt muss man echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwas ist. Ja, ich merke, ich bin gerade vor der Scheichs oder so. Ja, diese Menschen mit Turbanen in weißen, langen Gewändern, so orientalisch aussehende so. Die haben ja nichts gemacht. Die sind da einfach nur in einer größeren Gruppe, zufällig wahrscheinlich touristisch unterwegs. Und die werden so albern inszeniert, weil die sind unfassbar fröhlich, winken sich auch noch die ganze Zeit zu. Wirklich die ganze Zeit. Also guck mal, erwachsene Menschen werden sich zuwinken. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und das dann noch über Minuten sozusagen. Also die werden inszeniert als die nettesten Menschen, die es nur gibt in diesem Moment. Und dann hast du eben Robin, der einfach daneben steht und bei dem du merkst, durch diese zerspringenden Glühle, was ich auch wirklich einen wunderbaren Moment fand, dass sich so eine Wut aufbaut oder einfach seine unkontrollierte Kraft sich anscheinend nicht bändigen lässt. Und ja, die konzentriert sich dann eben auf diese Turbanen-Menschen. Das passt zu mir sehr high. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass denen Schaden zugefügt wird, weil das ganze Karussell mit den ganzen Menschen dreht sich. Aber genau deren Karussell fliegt dann ja auch noch mal ins Fenster, ins Restaurant mit den anderen aus der gleichen Gruppe. Und also ich finde deine Schlussfolgerung, der muss sich da recht geben. Und wahrscheinlich ist das dann irgendwie so ein Ding von wegen, wir erziehen hier eine militärische Waffe, die wir gezielt auf Iraner, Iraker, was auch immer ausrichten können. Und das ist übel. Aber es ist interessant, wie subtil das im Film gemacht wird, weil es wird nicht angesprochen. Also die ganze Agenda wird ja eigentlich nicht thematisiert. Also außer, dass du weißt, dass Robin manipuliert wird und durch diese ganze Therapie, die er da irgendwie erfährt, von der wir nur ganz kurz mal irgendwas überhaupt sehen. So das kriegt man mit. Aber sonst nix. Also du weißt ja auch nicht, John Cassavetes Figur, was ist er denn jetzt eigentlich? Also meinetwegen gehört er irgendwie zum CSI? Irgendwie nochmal so wie so eine Ebene, die keiner kennt. Nee, genau. Aber ich finde es super, dass der Film das nicht erklärt. Ich finde, er muss es nicht. Und dadurch, dass er es nicht tut, gewinnt es auch so ein Stück mehr irgendwie an Bodenhaftigkeit. Wie heißt das denn? Schwinnigkeit. Ja, genau. Es ist einfach ein Tick realistischer fast schon. Einfach, weil du da jetzt keinen Charakter hast, der reinkommt mit seiner Marke und seinen 15 Orden am Wappen. Und dann so, hier, Mr. Cassavetes, Sie haben jetzt den Auftrag, das und das zu tun. Und Robin ist übrigens unsere Waffe. Und Sie müssen jetzt hier in fünf Monaten ihn trainieren, weil dann haben wir ja den Krieg gegen Dingistan. Und dann, wir brauchen ihn unbedingt. Und wir, Sie schaffen es nicht. Blablabla. Also, ich finde es irgendwie super, dass du sowas nicht hast. Und dadurch verliert der Film auch nicht seinen Fokus. Weil es geht um Peter und seine dramatische Suche nach seinem Sohn, der ja denkt, dass sein Vater auch noch gestorben ist in diesem tragischen Unfall. Ne, Unfall nicht, aber in der Schießerei. Und eben die Geschichte von Gillian, die versucht, mit sich selbst klarzukommen. Und dann natürlich noch diese ganze Thematik mit der Telekinese. Und das ist extrem gut gemacht. Das ist total rund im Endeffekt. Ja, und es ist gleichzeitig ja eine Szene, die diese politische Dimension hat um die Waffe und gleichzeitig eine sehr persönliche, wenn es um Robin und Peter geht, wo Robin dann im Grunde gebrochen wird, dadurch, dass er das Trauma immer wieder sehen muss. Und ja, dann ja auch deutliche Persönlichkeitsänderungen entwickelt. Und am Ende eben nicht von Peter gerettet werden kann. Gott, von wo er gerettet werden kann. Weil einfach diese Beziehung zwischen den beiden zerstört ist. Man weiß ja auch nicht, was die ihm noch eingeredet haben nach dem Motto, Peter will dich gar nicht wiedersehen und der ist weg. Guck mal, wenn er dich lieben würde, hätte er dich schon lange gerettet. Wäre auch so eine Klischee-Szene, die man vielleicht in einem schlechteren Film sehen würde. Ja, das ist so das Ding. Es sind so ganz viele Momente, die eben auch verschiedene Funktionen erfüllen. Der Film vermeidet Klischees. Also durch und durch. Und das ist das, was mich beim Film vielleicht am meisten begeistert, weil er dich auch immer wieder überrascht. Und das habe ich einfach tatsächlich nicht erwartet. Also das ist vielleicht ein bisschen irgendwie gemein, aber in dem Fall auch gut. So, weil ich ganz offen an den Film einfach rangegangen bin. Und als du meintest hier, ja, Fury kann ich empfehlen, so, hast du Carrie gesehen? Und da dachte ich erst mal so, okay, oh Gott, Carrie, was wird das jetzt? Und ich meine, da wusste ich ja schon so etwa, in welche Richtung es geht. Aber ganz ehrlich, mit dem Film und wie der gemacht ist, habe ich einfach nicht gerechnet. Und der Film überrascht dich ja nicht nur einmal, sondern es gibt mehrere Momente, wo dir echt so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und es hört ja nicht auf. Und vor allen Dingen. Und es sind immer andere Formen. Manchmal ist es thematisch, manchmal ist es ein plötzlicher Todesfall, manchmal ist es ein Schnitt oder ein atmosphärischer Wechsel, der vielleicht nicht unbedingt passend erscheint. Also hält dich die ganze Zeit auf Trab in je wirklicher Form. Und am gelungensten finde ich es tatsächlich auch, das ist ein bisschen blöd, aber bei den Todesfällen, bei Peter, dass es da einfach so krass konsequent ist. Und mein Lieblingsmoment ist fast, glaube ich, auch schon das Ende. Ich denke mal, da dürfen wir jetzt auch drüber sprechen, ne? Ja, ja, ja. In Wirklichkeit dürfen die ganze Zeit spoilern. Alles gut, hau ran. Okay. Wenn Gillian scheinbar gefangen ist, sie hat keine Verbündeten mehr, sie ist komplett alleine im sozusagen goldenen Käfig. Du hast John Cassavetes, der ihr noch schön erklärt, dass alle ihre geliebten Menschen tot sind. Und so subtil dann irgendwie auch so. Du bist eigentlich auch ein bisschen dran schuld. Aber jetzt bin ich ja da. Ich kann jetzt hier deine neue Vaterfigur werden. Ich komme in meine Arme. Und ja, weine dich an meiner Schulter aus. Und dass man bis genau zu diesem Moment noch denkt, oh mein Gott, alles ist vorbei. Und Gillian wird da einfach verrotten. Und sie wird genauso gedreht werden wie Robin. Und dann küsst Gillian die Augen von ihm. Das fand ich auch so eine wahnsinnige Kamerafahrt. Weil in dem Moment für mich nicht klar war, was passiert. Nee, überhaupt nicht. Also sie weint sich ja erst an der Schulter aus. Ja. Und beginnt dann irgendwie so heftig zu atmen, wo ich nicht wusste, ob das jetzt irgendwas Sexuelles hat. Das war ganz merkwürdig. Und dann löst sie das Auge und du hast das Gefühl, okay, was ist das jetzt gerade? Und dann bricht sich dieser Zornbann. Und ja, Wahnsinn. Ja, also genial. Ja, absolut. Nur ganz kurz noch, diese blauen Augen. Ja, die habe ich auch nicht ganz gestanden. Muss man das verstehen? Kann man das verstehen? Ist das wichtig? Ich finde es interessant, aber ich habe das Gefühl, eigentlich braucht man dafür keine Erklärung, außer dass es irgendwie eine Verbindung und eine wahnsinnige Kraft ausdrückt. Du, Nils, ich habe mir gerade das schon überlegt, weil wir haben ja heute noch was vor und deswegen endet das ja hier so abrupt. Und ich wollte gerade sagen, weißt du, wir könnten noch über so viele sprechen, zum Beispiel über blauleuchtende Augen und wie sich da was von A nach B weitergibt. Ich finde, weil dieser Film ja auch so grandios nach dieser Explosion von John Cassie Wettys in Zehnfach, dann auch einfach, zack, Schluss, Abspann macht. Es wirkt so ein bisschen, als hätte sie so seine Bösartigkeit fast übernommen. Wir wissen nicht, wie das noch weitergeht. Oh Gott, ich würde mir gerade fast wünschen, dass Disney ein bisschen Geld überhatte und Brian De Palma The Fury 2 machen lässt, so als Superhelden-Film oder Superbösewicht-Film. Das ist so, auf der einen Seite wird es wahrscheinlich schrecklich, aber ich hätte gerade Lust auf so eine Art von Film. Angesichts des fortgeschrittenen Alters von Brian De Palma wünsche ich mir, dass eines Tages anfangen, seine Augen blau zu leuchten und dann ein junger Filmemacher vor ihm steht und dann dieses blaue Licht wechselt und dieser Mensch, der macht dann der Fury 2. Oh ja. Aber es braucht auf jeden Fall den Geist von Brian De Palma dafür, da bin ich ganz bei dir. Und jetzt würde ich einfach sagen, weil wir jetzt gleich ins Kino gehen und uns noch die Katze reinziehen, übrigens ein Podcast, den Max und ich schon dazu mal gemacht haben, könnt ihr ja auch in unserem Archiv finden. Beenden wir es einfach an der Stelle. Ich freue mich übrigens sehr, dass sozusagen diese Überraschungen so gezündet haben, denn als wir am Anfang diese Liste hatten, war mir schon klar, ich hätte jetzt irre viel Freude daran, mit zwei Leuten, die diesen Film noch nicht kennen, den jetzt zu sehen und ja immer zu wissen, oh Gott, wie wird das jetzt kommen? Wie wird das jetzt kommen so? Und wirklich dieses Ende, das zieht mir ja wirklich auch jedes Mal die Socke aus und schön, dass das so funktioniert hat und ich glaube, das ist auch gut rübergekommen, dass der eine oder andere Mensch jetzt vielleicht auf die Idee kommt, Teufelskreis Alpha sollte man gesehen haben. Also der Titel finde ich auch so gnadenlos bekloppt, aber es taucht ja tatsächlich ganz am Anfang auf. Wenn die Heste da so sitzt und vor den Studentinnen das mal so vormacht, wie man den Zug bewegt, dann sagt sie, sie muss im Alpha sein oder so. Alles gut, ich ... Das ist aber schon sehr gewollt, ja. Ja, du, so wie Spielmann das Lied vom Tod ja auch sehr gewollt ist und in diesem Film überhaupt nicht auftaucht, aber das ist eine andere Geschichte, die wir letzte Folge schon erzählt haben. Aber ja, The Fury, Arrow Blu-ray ist hervorragend resklariert. Ja, großartig, ja. Können wir vielleicht nochmal empfehlen. Sind da noch irgendwelche coolen Extras drauf? Ja, aber keine Ahnung. Ach so, okay, alles klar. Nee, dann werden wir das jetzt auch nicht weiter noch ... Also eine ganze Liste. Ah ja, eine ganze Liste an Extras. Also die Zusammenfassung, was da an Special Features noch drauf ist, ist genauso lang wie die Zusammenfassung des Films auf der Rückseite der Discete. Arrow Blu-ray. Großartig. Und wahrscheinlich ist wieder jedes Poster, jedes einzelne Foto einzeln aufgezählt, damit die Liste so groß ist. Es war total schön mit euch auf der Cine-Couch hier, auch wenn das hier eine Wiederaufführungsfolge ist. Schön, dass ihr da wart oder ich bei euch sein konnte. Und genau, ich hoffe, die Leute kommen auch auf die Idee, Cine-Couch.net sich reinzuziehen. Und dort gibt es noch mehr. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt vielleicht sagen könntet, was irgendwie demnächst man bei der Cine-Couch erwarten darf? Oder ... Ist ja eigentlich immer ein gutes Programm, ne? Ja, genau. Immer ein gutes Programm. Wir haben leider momentan, glaube ich, gar nichts geplant. Wir müssten mal wieder ... Das Einzige, was wir sagen können, in drei Folgen haben wir den dritten Podcast zu Indiana Jones. Ah ja. Stimmt, das kommt bald. Der ist geplant. Das könnte sogar zusammenfallen, wenn diese Folge rauskommt, weil wir sind ja monatlich. Und wir haben schon mal Kalidus Way besprochen. Ah ja, schön. Den sollte man sich ... Oh ja, schön, da muss ich auch mal reinhören. War die eine größere Runde? Ich glaube, zu dritt. Also Michi, Paul und ich, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich meine. Aber schön. Mal schauen. Alles klar. Guck das mal nach. Ja, dann würde ich sagen, also ja, guck das mal nach und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Vielen Dank.